Jetzt ist wieder Lava. Lauf da nicht rein, komm her. Bleib bei mir. Zaun vorrennen, du scheiß Ding! Blöde, autoaggressive Schafe, komm her. Es rennt volle Kalle gegen Zaun. Das ist bei mir gerade auch passiert. Wo ist denn unser Ausgang hier? Wo geht's denn hier weiter? Ah, da. Komm her. Schon wieder gegen den Zaun gerannt, du doofes Ding. Der Enderman bald mal weg. Danny, ist der weg? Ja. Perfekt. Graf, komm her. Graf, komm mit runter. Renn doch nicht gegen den gleichen Zahnfall nochmals. Muss doch irgend so'n wehtun, oder nicht? Hallo. Okay, da kommen die nicht durch, durch meine Zaun-Maze. Die muss ich jetzt abbauen. Ja, warte, ich muss auch zuerst so weit runterkommen zu dir. Dann lass sie abgebaut, bis ich da bin, dann. Ja, ja. Und dabei das Schaf nicht verlieren. Ach, Mann. Jetzt hängt's endgültig fest, glaub ich. Ja, jetzt ist es festgeglitscht. Wie so ein Boten. Wie bist du da runtergekommen? Ah, da steht ein Zombie, klar. Du darfst mir einfach hinterher gelaufen. Was ist das Problem? Wie viel Schaden hat das jetzt genommen? Was, das Schaf? Nein, ich meine den Matthias. Hallo. Oh, Schaf. Schaf, komm mit. Komm mit. Put, 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 put. Schafi, Schafi, komm mit. Braffe Schaf, komm mit. Oh, bist du ein tolles Schaf. Komm hier rein. Los. Das ist eine Tür. Sie ist offen. Du kannst durchgehen. Bleib. Halt Abstand. Halt Abstand. Das ist das Chaos hier. Komm her. Ich habe einen Diamant gefunden. Was ist das denn für? Mein Schaf hat mich schon wieder verloren. Es hat einen Diamanten angesteuert. Mein Schaf folgt dir jetzt. Nee. Doch, es folgt dir. Wo ist das Schafsgehege? Das zeigt dir der Matthias mit mir. Wo ist es denn? Da. Ach, da muss man noch. Da muss man durch. Okay, dann komm her Schaf. Da. Hier lang. Das ist da zu dumm für. Komm her. Komm her. Ja. 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 Komm her rein. Ja. 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 Es ist drin. Das macht man da weg. Ja. 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 Wo ist es? Ja, era. Si. Eih. Was hab ich denn da wie ne Diamantrader gefunden? Sex Diamanten. Wir sind da drfs. Du blödes. Nein. Die gehen auch nicht durch offene Türen durch. Das geht nicht. Die Tür muss weg. Das ist mir gerade schon aufgefallen. Ja, das ist noch hier. Schaf, Schaf, ey. Ey, ey, Schaf, listen, listen. Mann, da drehst du ab mit dem Ding. Ey, wir haben 37 Diamanten. Komm mal her. Ich hab's gleich, ich hab's gleich. Komm, komm, komm. Du bist so dumm du... Hey! Mein Schaf. Geh mal da rein, Danny, geh mal da rein, bitte. So, jetzt hab ich nämlich auch noch Weizen hier. Hat das Schaf eigentlich keine Wahl als... Guckt Mathis an im Moment. Hahaha. Das ist interessant für das Schaf. Ich baue mal noch ne neue Kiste. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Jetzt hat es dich, jetzt geh rein, geh rein, geh rein, geh rein. Jetzt hat es dich nicht mehr. Ich baue noch ne Kiste, die stelle ich an einen anderen Ort hin, das ist dann die Kiste für, ähm, Dinge, die wir bald bauen möchten. Ähm, komm, komm rein. Ja. Einer, die Tür zu, schnell. Endlich, du dummes Schaf, wirklich. Ähm, Eisentür. Juhu, wir haben Schafe. Hast du noch ein Ding, gib mir mal das Walzen bitte, Danny, was du jetzt noch hast. Ja. Warte. Ah, es hat noch Federn gedroppt, das Skelett, das ich getötet habe. Und wir haben ein Baby-Schaf. Oh. Wer hat die Stein-Pressure-Plates, die ich da eben hingebaut habe? Ich hab die weggemacht, aber ich glaub, die sind dabei kaputt gegangen. Ich hab neue rein. Ja. Äh, in den Schaden. Was war das? Was? Nascht der Martin wieder? Pff, das ist das nicht. Jetzt brauch ich noch ein Weizen, da oben ist nämlich noch ein Schaf, das geh ich jetzt holen. Ich glaub aber nicht mehr, dass wir Weizen haben. Die haben wir auch nicht. Wofür hab ich jetzt? Aber wir können hier bald mal ernten? Hoffe ich bald. Ähm, wir brauchen noch Electric Furnance später. Ja. Und im Idealfall so'n Messerator. Oder wie die Dinger hier heißen. Ich hab für jeden jetzt ne Bronze Ausrüstung. Wo hast du denn die hingelegt? Äh, hier. Ein Hausfustung. Ach, da hinten. Cool. Danke, Danny. Hier sind ja noch Schuhe. Ich höre hier irgendwo Slime. Ja, hier ist irgend so ein Slime-Chunk. Sehr gut. Ich Idiot. Wer stirbt hier gerade? Nicht sterben, ich war vergiftet. Ich hab ein Spinnenauge gegessen. Ha, 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 ha. Ich hab Wolle, aber das reicht noch nicht genug für den, ja. Ähm, wollen wir mal kurz den Lavasee noch austesten gehen? Ja, und mir gehört die Platinum. Das können wir machen. Gut. Ja, mach. Ja, ich war hier gerade. Warte, ich hol noch kurz was. Mach kurz was. Mach die Tür zu, wenn du rausgehst. Ja. Ja. Mit Obsidian kann man jetzt nix craften, sagst du. Nein, da gibt's keine Rezepte für im Spiel. Dürfte eigentlich nicht sein, weil da steht's ja. Ey, euch ist klar das Schafe und sowas auf Erde leben müssen und nicht auf senin. Töööö? Das geht ja echt net. Wieso? Weiß es nicht. Vicky steht's. Ok, ich komm jetzt. War schon alt, als ich angefangen hab, Musik zu hören. Ja. Ah, Loki ist schon da drüben? Da vorne sind die Slimes. Wo? Da vorne. Boah. Passt in die Lava? Ja. Also hier in die Richtung sind Slimes oder was? Ne, meine. Umdrehen. Moment. Wie geht's ja nicht weiter? Naja, hier müssen wir gleich mal Rohstoffe abgrasen. Ja, ich geh mal kurz in Slime. Wo ist der? Ah, ich komme. Ich will auch Spaß. Geh weg. Pass auf, da ist einfach Lava nebeneinander. Ja. Ich seh schon wieder einen Spawner. Boah. 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 Oh, da ist Gold. Gold. War glaub ich genug. Gold? Leni, wo bist du? Bin in der Basis wie immer. Kannst du mal schauen, ob du ein Electric Furnace schon bauen kannst, wenn das möglich ist? Oh, jetzt vor. Ja, ja. Hab ihr 60 Sekunden? Fortwärtig. Äh, Electric Furnace. Habt ihr Wires? Ähm, musst du mal gucken, sonst musst du die machen. Oh, hier ist ein verdammt tiefes Loch an. Hier ist nur bis zum nächsten Deckel. Der will runter. Äh, ist irgendeine Suckerkasse. Aber hier geht's weiter. Wo bist du? An dem Tunnel, wo wir gerade waren. Beide. Borna. Oh. An dem Spawner. Nach oben. Äh, ich bin hier ne Ebene tiefer gerutscht, mehr oder weniger. Durch ne Rohstoffader. Und hab Diamanten gefunden. Ja, von denen haben wir auch langsam schön. Man kann nie genug Diamanten haben. Ich hab ja auch nicht gesagt, aber wir haben schon mal einige. Ich hab schon wieder keine Fappen mehr. Oh, Lava, 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 Lava. Lava, 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 genau. Und hier ist wieder mal ein Spinnenspawner, so wie es ausschaut. Ich hab auch eingefunden. Ich hab auch eingefunden. So wie es ausschieht. Inzwischen ungefährlich. Mit der Rüstung und so. Und da hole. Ich hab jetzt komplett nie leven. Die Musik